Ich hoffe mal wieder auf 800 Edo Gegner Na ne, doch nicht, schade Aber die haben keinen Edo, glaub ich Ja, geil Yo Leute, ich wollte vor dem Video noch mal kurz was sagen Und zwar, falls ihr genauso ein guter CW-BW-Spieler werden wollt wie ich Dann schauen gerne auf den spiel-oase.net-Server Hab ich im wenigstens Zum Glück scheint ihr kaum mehr in die Sonne rein Also deren Safe-Bauer scheint nicht Safe-Bauer zu wollen Obwohl, ne der baut aber erst 150 Safe-Bauer Geh ich rein? Ja, André, wo ist der? Ja Wo ist denn deren Bogen? Hier Kann sein, dass die Lobby ein bisschen laggt Die haben, ich weiß nicht was ich machen soll, die können mich jetzt beide stormen da oben Ich bin da keinen Teil stormen, Digga, also Ja, ich, ich save mich einfach Bogen baut sich jetzt schon irgendwie Um zwei Wenn dann vielleicht mischstormen Ne, ich denke, die werden dann mischstormen Ja, ich habe nur die Blöcke, nur die Blöcke Bin jetzt bin direkt unter dir Ich habe auch noch zu sehen, kann nix gehen Wer einer flachbösen oder so? Ich mach das grad schon Ja, perfekt Dann chill ich, wenn die dich stormen, dann hab ich die weg Dann bogen nicht so one-hit Äh, Achtung Ja, die stormen dich nicht, die stormen dich nicht, die gucken nur Ah, die haben Bogen gebraucht Achtung Oh, ja, schuldigung, da kommt nix voll Ich drehe mich um und drück mir hier dran, bin nicht erschrocken, ey Ich war heute einfach fast flogen, Digga Wer ist denn der im Bau? Ja, tipp, da Achtung Achtung Was ich über dir geh, Achtung Ende Der ist nicht ganz oben, oder? Ne, der ist noch unten Ich konnte probieren, wo Marcelo gebaut hat und probieren, den Bau zu holen Soll ich probieren, den Bau zu holen? Soll ich probieren, den Bau zu holen? Pass auf Einer ist über dir Einer ist genau, über dir Einer ist genau, über dir Boah, ich bin so zusammengezuckt, ey Ja, soll ich probieren, den Bau? Einer ist über dir? Einer ist über dir? Ich glaube, aber der Bau wäre der Wunscher Komm, hol ihn Der Bogen ist jetzt an dem Weg Ah, Digga, jetzt hat keiner's gehabt Ja, Bossy will zur Back-In Und ich probier noch den Bau zu holen Ich probier's jetzt Der darfst du schlecht hier, wenn wir den hier oben verlassen Oh, nein Kannst du uns oben mal schön den 13er geben? Äh, ist drin Er ist ihn auch drin? Ja, dann nimm noch schnell den 13er Dann gib dem mal ein paar Schutze Was ist der 1er? Was ist der 1er? Was ist der 1er? Einer ist drin Ich spamm den, äh Er ist auch drin Er ist auch drin Ich mach Light-Hemil-G zu ihm, okay? Ich hab nur einen Schuss Haben, Bow down Ich leg den 13er wieder rein Kannst du mir den 13er? Kannst du mir den 13er? Nein, du hast den, äh Ich hab den 13er hier so hingedroppt André Und den Pfeil auch an die EZ Und den Pfeil auch an die EZ Und den Pfeil ziehen? Kannst du ihn machen Kannst du ihn machen? Kannst du ihn machen? Ja, klar Ah, Elm lässt mich komplett im Stich so Ja, Digga, ich hab ihn komplett gefickt Also kannst du nix sagen Ah, zieh, ja, einer geht 1-Stick hoch, Achtung Ich glaub, wir haben höchst runter Ist er schon am Safe gebauten? Nee, noch nicht Obwohl doch, doch er ist am Safe gebauten Ach, da Ja, die ganze Zeit nicht Hab ihm einen Luftshot gegeben Ey, der oben ist nicht lange über dir Ich kann übel nicht Harfe machen, das ist krass 1-Stick ist down Ey, bad for free, Digga, die raffen gar nix in der Base Lass mal schnell Schiebs machen, ja Ja, ein Base-Safe hat mich... Ja, kritisch Stich Also da ist der 1-Stick schon im Weg Äh, Bussi, bei dir? Der ist jetzt über dir, ne? Ah, ich kann nix mehr Ja, ne, doch nicht Und was, Digga? Was spammst du? Hab den oben down, auf dem 1-Stick Ich hab den 1-Stick Ich hab den 1-Stick bekommen Und das ist immer noch Andri, ich hol mir jetzt den E-Stick und ein Backyard Und es wird nichts Ich muss noch ein Backyard Der schicht nur da oder sonst Nein, der lebt nach und er geht nach Und er geht noch noch ein Schuss auf Schichten noch ein hoho wurde der getragen Digga Schichten ist los oh nein, es wird verhindern äh nix in der EEC bei uns oder? ah, geht auf die Bauerweiß wer macht euch erster ne, geh 1 Sek. ey, holt den, die T-T-T-T-T-T-T-T geh jetzt wieder da vorne hin und stellt den Weg nach oben obwohl er an der Leiter war nicht nicht, ne, bei uns ist niemand und ich glaub, es ist nur eine bei den, äh, ich blieb hier oben aus der Mäste der beste, äh, besser als von der Sorte ja, komm, ja, wenn der mich dann ja, 18 Schatten, 18 Schatten, ja, ich kann das nicht sehen ja, ich bin nicht ich würd gern mal den Pökswörer von uns wechseln ja, ich blieb den oben, kommt er grad oh, du, der, der Bogen ja, deren Pökswörer würde ich ganz gut ja, wie willst du uns blieb, der ganz 3-Blog breit oh, stark aussehen also, click und weg mit dem Down alternativ, scharf an so äh, boah, bei Jungs, einfach mal hinten die Eile ich komm zurück, André alles gut, mach, 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 mach komm, 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 komm ja, egal, du musst nur weg, noch ein Float ja, ich bin bei dir André ums mach, äh, scharfer André kannst du wechnommen, kannst du wechnommen knock ihn einfach vom Bett weg, komm die machen grad scharfen kann so, 3, 2, 1, mach C yah, Ahnung ja, down ich hab mich mal ne' Hit gegeben wahrscheinlich Chari enter einfach und zum grad scharfen, ne na mal Alfred mal wieder ah, ich hab mich einen gekühlt Forestättchenabi, ach, okay alles da, das jobs oder 樑 äh, hinten 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 noch eins und schweißen zwei hinten 1 links ein scharfes links reingelaufen eines erstes eines erstes der dreier der kontaktieren er ist offen als untergefallen ich hab sechs gold im inf eier und übernstecken das nächste mal haben uns zwei sind auch nicht alle aus der base los ich dachte es wäre nur einer es wird auch er fand er selbst bei einem nicht aus der base